doch heutzutage kommen wir bei ihm und vor Ort um ein was steckt pp nicht zu vergessen so 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 ja unbedingt zu karten das verstehe ich immer nicht was das gut sagen soll schnell bauen verteidigung anna ja genau ich muss gucken muss wie ich das was immer noch hoffe ich habe mit drei Stufen würde sind egal jede Ernte standard erstellt jeder erstandarte ich mach das die Seite und jetzt heißt es warten von Thema Verteidigungsbanner weil ich auch fortgeschritten nein das würde ich nicht schaffen aber bevor ich gucke wie gut das ach dann halt aber ich die für die Partie allerzeit dumm 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 Web Ja, oh man Fragezeichen, Fragezeichen Scheiße ... ... ... ... Prozent jetzt ist es los man kann aber auch auf dem Ort das ist ein und lesen der Schatz mit dem die diesen Proben ich bin mir nicht sicher ich glaube ich hatte die März ach wenn man schon an egal dann habe ich zweimal dann sage ich einfach nur das ist einfach ein besserer Part dann wird hoffentlich nein okay 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 warte auf andere Spieler ja ein Teil sollte seine Truppe nach Osten schicken um den goldenen Wagen zu verteidigen um den goldenen Wagen zu verteidigen die drei Steinfürsten besiegen dadurch wird der Riese angelockt der sich schickt wobei der Riese angelockt wird er hat er hat er hat der der für das deutsche Vaterland und wie ich so eiskalt einfach nix aufbauen geil hab ich voll verpaalt yeah hier vor die Menschen menschliche verteidiger überrumpelt werden nie abonnenten ob man eins Ach, ganz sicher, Bedeiht. Ah, das kann noch schön heiter werden. Auch wenn er in diesem Level keine so starken Monster kommen. Oh, man sollte niemals Ne sagen. Fett auf. Jep, 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 das tun sie. Ach, egal, wenn wir dieses Metallieren, dann passt das doch. Irgendwie. Eure Streitkräfte werden angegriffen. Ist mir klar. Das wird das G-Tro-Projekt der Ragen. Ach so, das geht zum... Ähm, Missionen, Achtetarm. Ja, Lernenergie, Lernenergie. Ich brauche schöne, Lernenergie. Ja, man sieht, das sind noch so Anfänger. Ah, du sollst es doch nicht machen. Nicht aufbauen, nicht aufbauen. Ah, no. Mordef. Ein Verbündeter wünscht eure Aufmerksamkeit. ist ich wir haben das können aber einfach durchlaufen Stumme Idee. Aber was wollen wir denn erwarten bei Anfängern? Demotieren. Ha. Ha. Das war gut. Mom. Das kann lange dauern. Mit Juden Deck. Sehr lange. Warum hab ich dieses Deck nochmal herstellt? Um es treu zu bleiben. Yay. Du. 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 Er greift an. Yay. Richtig schlau. Nur einen einzigen Bogenschützen mitzugehen. Dei. Ja. Wir sind alle. Okay. Okay. Ich will. Du. 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 Daher. Das sind. Muss man verstehen. es war so klar dass das passieren wird so klar die Steinsen kommen langsam ich werde so gleich keine Probleme haben noch eine einzige Einheit und dann bin ich zufrieden 70 ich wenn ich mir nur zu decken würde hätten wir so eine lechte Straße aber nein die habe ich ja nicht mitgenommen ja genau das war ein großer Fehler aber wer hätte das gewusst dass die so schlecht sind und aber nicht sogar mit dem Frostdeck besser eure Streitkräfte werden angegriffen so jetzt habe ich eine tolle Welt und meine Zeiten dürfen ruhig sterben die sie auch So, so, passen tot. Toten tot. Guck wie schnell das sich aufbaut. So, 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 geplant war und der so Probleme kregen. Erstmal sou. Schade Schade Kalk 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 Schleswig Problemet Nachricht muss ich bereit kommen Energiebrunnen wird angegriffen aber mir so klar dass das passieren wird so eure streitkräfte werden angegriffen kann damit leben die Schamankammer wirklich früh ein Verbündeter wünscht eure Aufmerksamkeit ich sauber für mich ich ach weiß was man auf keinen Fall machen darf angeben ein Verbündeter wünscht eure Aufmerksamkeit ja ja wir sind alle Helden nett und schäbiges Dasein hat wenigstens eine Minute überdauert einer der Steinfürsten wäre besitzt findet jetzt die anderen beiden Wärme ist für Weidlinge nie aufgeben ich sie Treit jemand mit der Winter kommt die Feuerfalle ist zerstört die Feuerfalle ist zerstört die Feuerfalle ist zerstört Natürlich muss ich alles sauber machen. Weil wenn man schon macht, dann macht man es auch sauber alles. Und alle, die nichts machen, können ihn da sauber machen. Ich ehre das Bahn. Der Winter kommt. Das ist voll langweilig. Wie können die das dann machen? So eine kleine Defense. So eine Defense-Symbahn. Das ist voll langweilig. 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 Und so hier in der Mitte. Das ist voll langweilig. Das ist voll langweilig. Das ist voll langweilig. denn macht und warum kann man nicht einfach so durchraschen er will wer geht das mal alles zurück wer hundert da 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 na verflucht für dieses recht ähm ausbezogen fast besiegt so halte ich daran ein noch drei äh 2 3 2 was weiß ich richtig nie aufgeben wenn man für was kämpft für mich ist wie lange wir da schon sitzen das streitkräfte werden angegriffen ernst das ist schlimm Schreck, bringt die Kanone zum Schweigen. 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 Gut, dann sehen wir uns bald wieder. Schreck, bringt die Kanone zum Schweigen. Schreck, bringt die Kanone zum Schweigen. Schreck, bringt die Kanone zum Schweigen.